In der heutigen News-Folge geht es um Renault wünscht sich ein neues Kundenteam, Abtrieb soll 2021 um etwa 10% reduziert werden, Auspuffproblem stoppt sein Start in Belgien, darum gab es in Spa keine rote Flagge, warum war Renault in Belgien so schnell? Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu den News. Zurzeit beliefert Renault McLaren noch mit Motoren, da sie aber ab 2021 mit Mercedes-Motoren unterwegs sein werden, wünschen sich die Franzosen ein neues Kundenteam. Laut Teamchef Cyril Abitiboul wäre es natürlich besser, Partnerteams im Paddock zu haben. Denn es sei laut Eben für die Motorenentwicklung wichtig, auch politisch, um den anderen Blöcken, die schon bestehen, etwas entgegenhalten zu können. Wer könnte also das nächste Kundenteam von Renault werden? Haasteam-Chef Günter Steiner wurde am Freitag in der Pressekonferenz gefragt, ob sie sich einen Wechsel von Ferrari zu den Franzosen vorstellen können. Er antwortete, dass es jetzt sehr schwierig wäre, einen schnellen Wechsel zu vollziehen, denn so etwas würde einige Saisons dauern. Für 2021 jedenfalls nicht. Das Aero-Reglement soll 2021 in drei Bereichen schärfer beschränkt werden. Daher haben die zehn Teams ein neues Paket geschnürt und dies soll der FIA vorgelegt werden. Der Abtrieb der Formel-1-Bolläden soll nächstes Jahr um ca. 10% reduziert werden. Bereits im Frühjahr stimmten die Teams für diese Einschränkung zu. Diese Einschnitte hätten zu rund der Hälfte des nun erwarteten Abtriebsverlust geführt. Nach dem Großbritannien-Grand Prix sah sich die FIA gezwungen, Korrekturen bei den Maßnahmen vorzunehmen, denn Pirelli wird auch nächstes Jahr die 2019er Reifen verwenden. Es muss also ein Abtriebsverlust wegen Sicherheitsrisiken her. Laut der FIA müssen Regeln nach der traditionellen Frist im April jetzt nicht mehr einstimmig von allen zehn Teams abgesegnet werden, wenn die Änderungen aus Sicherheitsgründen notwendig werden. Der Grund, weshalb die FIA weitere Abtriebseinschnitte in Erwägung zieht, liegt am zu stark angestiegenen Abtrieb. Es werden Öffnungen an den Seiten beseitigt, genauso wie die Kante des Unterbodens. Außerdem werden die hinteren Bremsschächte um 40 mm eingeengt und die senkrechten Streben des Diffusos werden um 50 mm abgeschnitten. In dieser Woche werden klare und korrekt verständliche Diskussionen mit den Teams stattfinden, die es bereits im April und im Mai gab. Natürlich spielen auch die Kosten eine Rolle, gerade für die kleineren Teams. Von daher gibt es keine Einschnitte an den Front der Boliden, weil eine kleine Änderung große Auswirkungen auf das restliche Auto haben kann. Die 10% seien nur eine unsaubere Rechnung bzw. Schätzungen, denn die FIA weiß nicht, wie viel Performance die Teams noch finden werden. Technik-Chef Pat Simmons erklärte, dass viel Arbeit in den Änderungen geflossen sind, da sie viel simuliert haben und verschiedene Optionen angesehen haben. Carlos Sainz konnte am Sonntag beim Belgien Grand Prix aufgrund eines technischen Defekts nicht dabei sein. Mittlerweile gibt es Hintergründe, woran es gelegen haben könnte. Dem Spanier sei in der Runde zur Startaufstellung ein Geruch aufgefallen und als er in den Rückspiegel sah, qualmte der Auspuff. Die genaue Ursache ist, stand jetzt, wo ich dieses Skript schreibe, noch unbekannt, aber es könnte ein fehlerhafter Zylinder sein, der zum Auspuffdefekt geführt haben könnte. Der Motor des McLaren-Piloten war noch gar nicht alt, denn erst das zweite Rennen sollte mit dem Motor gefahren werden. 2015 sei ihm das schon mal passiert. Von Sainz sechs Rennen ins Bar sind drei DNFs, ein Zehnter Platz, ein Elfter Platz und eine Nichtteilnahme zu verzeichnen. Nach dem Crash zwischen Antonio Giovinazzi und George Russell war der Streckenabschnitt mit Einzelteilen versehen, aber dennoch kam es nicht zu einer roten Flagge. Rennleiter Michael Macy erklärte, warum das nicht notwendig war. Die Streckenposten haben sehr schnell eine saubere Linie geschaffen, was zuerst die Autos vor dem Safety Car betraf. Als der gesamte Zug noch einmal an der Unfallstelle vorbei fuhr, war die Linie bereits komplett frei von den Teilen. Von daher war auch keine Rede mehr von einer roten Flagge. Besonders übel wäre es gewesen, wenn sich einer der Fahrer einen Reifen von den Wrackteilen aufgeschlitzt hätte, denn in Belgien hätte so etwas schlimme Folgen. Renault war am vergangenen Wochenende richtig stark unterwegs. Hier ist die Erklärung, warum. Zu Beginn des Rennwochenendes konnte man Renault in den Geschwindigkeitsmessungen von Sektor 1 und 3 ganz oben sehen, was bedeutet, dass sie einen sehr niedrigen Abtrieb am S20 eingestellt haben. Viele hatten erwartet, dass sie im Qualifying gegen Racing Point oder McLaren verlieren würden, da sie etwas mehr Abtrieb eingestellt hatten. Renault war also wie Ferrari letztes Jahr. Hätte der Grand Prix 46 Runden, wäre Riccardo möglicherweise auf dem Podium gelandet, denn er hatte 3,4 Sekunden Rückstand auf den drittplatzierten Verstappen. Ocon wäre auf Platz 5 geblieben. Trotz des niedrigen Abtriebs hatten die beiden Fahrer am wenigsten mit ihren Reifen zu kämpfen, was auch der Grund ist. Zu Rennbeginn lag die Temperatur auf den offiziellen Radargeräten der Formel 1 bei 18,2 Grad Celsius. Was bedeutet, dass Riccardo und Ocon ihre Reifen im perfekten Betriebsfenster hatten, vor allem am Ende des zweiten Stins, wo die Strecke abkühlte. Alle anderen Fahrer hatten in den letzten Runden einen Temperaturrückgang, was auch Hamilton nach dem Rennen erklärte. Hier noch ein paar Daten. Riccardo gewann in den Runden 36 bis 44 13 Sekunden auf Verstappen und 9 Sekunden auf Hamilton. Der Australier erklärte, dass das während des Safety Cars passierte, ihn frustrierte, weil sie das nicht kontrollieren konnten. Dadurch hatte er den Kontakt zu Verstappen verloren. Gasly und Perez waren dann, als er in die Box fuhr, vor ihm und sorgten für ein überhitzender Reifen, weswegen er sich für ein paar Runden herunterkühlen musste und danach wieder seine Pace fand. Er glaubt, mit den harten Reifen die gleiche Pace wie Verstappen gehabt zu haben und in seiner Nähe gewesen zu sein. Jetzt kommt der Italien Grand Prix, wo Renault im vergangenen Jahr genau die gleichen Platzierungen holte wie am Sonntag. Heißt also, Red Bull sollte häufiger in den Rückspiegel schauen. Kommen wir zum Mikes Meinung. Es ist natürlich nicht schön, wenn du als Motorenhersteller kein Kundenteam hast, was du mit Motoren beliefern kannst. Ich hoffe, dass es in der nahen Zukunft jemanden gibt, der mit Renault Motoren fahren möchte. Ich habe nichts gegen die neue Regel für 2021. Man hat ja gesehen, dass zu viel Abtrieb die Reifen zerstören und von daher ist es für die Reifen auch besser. Mir tat Carlos Sainz echt leid, aber was willst du gegen einen technischen Defekt vor dem Rennen machen? Bei so einem Problem kannst du nichts mehr machen. Um ehrlich zu sein, hatte ich felsenfest mit einer roten Flagge gerechnet, allein wegen der Unmenge an Carbon-Teilen, die dort lagen. Zu Renault kann man echt GG sagen, denn ich hatte nicht das Reifenmanagement als Grund für die Leistung im Sinn. Bin echt gespannt, wie sie in Monza performen werden, ob sie P4 und P5 von 2019 wiederholen und ob es zu einem Angriff auf Red Bull kommen wird. Und nun zum Community-Kommentar. Der kommt heute von Carsten Herbort. Er hat eine Frage zum Oval-Kurs in Bahrain. Ist bekannt, wie viele Runden auf der ovalen Streckenführung in Bahrain gefahren werden? Ich bin bei einer Rechnung mit der Streckenlänge auf ca. 100 Runden gekommen. Bei weniger Runden wäre das Rennen extrem kurz, aber sind 100 Runden nicht ganz schön viel? Ich habe recherchiert und die Streckenlänge beträgt 3543 Meter. Wenn man die 306 Kilometer Grand Prix Distanz nimmt und durch die Streckenlänge teilt, erhält man 86,36 Runden, also Runden wie auf 87 Runden auf. Dazu möchte ich auch noch meine Meinung abgeben. Ich habe bereits mit einigen Zuschauern gesprochen, was sie von dem Oval-Kurs halten. Einer meint, er guckt sich den Grand Prix nicht an, der andere meint, dass es wohl langweilig wird. Aber ich freue mich ehrlich gesagt auf diesen Grand Prix, denn a erleben wir so etwas nicht alle Tage und b es hat ja Ähnlichkeiten mit Monza, wo es letztes Jahr auch spannend war. Übrigens, falls sich jemand von euch fragt, warum gerade diese Streckenvariante gefahren wird, antworte ich mit einem Zitat von Ross Brawn. Es wäre einfacher gewesen, nichts Neues zu machen. Weil wir aber die Strecke und die Gelegenheit dazu hatten, mussten wir es einfach umsetzen. Unterm Strich sind wir ja da für die Fans und wollen ein großes Spektakel bieten. Und wir glauben, ein anderes Layout nur eine Woche nach dem ersten Rennen dürfte spannend werden für die Fans und die Sachen noch interessanter gestalten. Und gerade wegen der Corona-Krise wird die Formel 1 auf anderen Strecken fahren, weshalb sie etwas Besonderes umsetzen wollten. Mich würde mal eure Meinung zum Oval-Kurs interessieren. Langweilig oder doch spannend? Das soll es mit den News gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, damit ihr in Zukunft kein Video mehr von mir verpasst. Und denkt daran, Like und Abonnieren bringt euch auf den neuesten Stand. Bis zum nächsten Video. Ciao.